So Leute, jetzt geht's nach Hause. Ich muss hier in der Bahn. Der Mann, der ist ein bisschen müde, wie es aussieht. Freut sich viel, wenn er nach Hause kommt? Gar nicht. Auf was er sich nie freut, Leute, ist morgens. Er hat auch morgens in den Schuhen. Darauf freut er sich gar nicht. Du willst doch auch nicht. Schuhe! Musst du aber. Was ist? Was kommt denn aus? Dann muss er noch zu Hause ausziehen. Und ja, die Pflaster müssen auch irgendwie nicht wegkriegen. Vielmehr sind wir überall wieder da ab. Musst du dich füten? Nein. Musst du mit ein Händchen haben? Nein. Lange, lange. Nein. Das ist halt nicht zu belangen, Leute. Hat seine Asien ausgeschüttet? Hat Nervengeschüttet. Das ist kaputt. Ja, das hat Beifahrung. Ich bin ein kleiner Krankenhaus. Heute eigentlich ist es warm. Auf den Schäden. Nee, es gibt das Krankenhaus. Hat dir geholfen? Die haben nicht geholfen. Die haben nicht geholfen. Aber essen muss die gehen. Ja, essen muss die gehen. So ist es halt. Stattlich. Das ist wie es allein kommt. Ich bin ganz froh. Ich bin ganz froh. Das ist auch die�를reise. Das ist noch ein biegeres. Da ist noch ein Mieter. Hast du es gesehen? Auf damit bitte. Happy, happy, happy Leute. Danke an alle, die für uns so zahlreich da sind. Für uns unterstützen, für uns helfen. Das ist echt geil, oder? Das ist ein schönes Geilkommen. Danke, meine Damen und Herren. Das ist gut. Man sollte uns auch dankbar den Geschmack. Das werden von den Händen und den Händen. Das werden wir später haben. Das ist gut.